Ich habe nicht begriffen, dass das deutsche Volk, das im christlichen Abendland erzogen wurde, das fertiggebracht hat. Ich habe in Arnolzheim eine Podiumsdiskussion gehabt mit dem Albert Speer, dem Rüstungsminister, ein Professor für Religionswissenschaften, der der Begleiter von Bonhoeffer bis zuletzt war, ein ganz bekannter Mann. Dann habe ich das dort auch gefragt und da hat er gesagt, wir haben versagt, ganz einfach, wir haben versagt. Die zehn Gebote, sie haben alle zehn Gebote einfach missachtet.